Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, nicht aus meinem Studio. Deswegen sei mir auch die Sonnenbrille verziehen, denn wir sind gerade im sonnigen Süden unterwegs, auch wenn das Wasser wie im Pool noch deutlich zu kühl ist, um drin zu baden. So sind wir jetzt doch mal eine Woche nach Mallorca geflogen. Dazu mache ich euch aber nochmal ein gesondertes Video, wie auch ein Elektroautofahrer dazu kommt, nach zu fliegen, ausgerechnet zu fliegen und dann auch noch nach Mallorca. Muss denn sowas sein? Das ist aber heute überhaupt nicht das Thema. Heute geht es um ein anderes Thema, denn ich habe den Urlaub auch genutzt, um etwas selber auch für mich herauszufinden, was ich auf diesem Kanal schon häufiger mal auch thematisiert hatte und dass ich jetzt dann auch etwas für mich selber erarbeiten wollte. Und zwar geht es darum, dass ich ja schon häufiger mal geschrieben hatte, dass Hybriden für mich keinerlei E-Auto-Alternative darstellen können. Und auch wenn Toyota ja gern Werbung macht, neulich macht es glaube ich auch Nissan, irgendwie elektrisch fahren, aber ohne Stecker, dann hat das für mich immer ein ziemliches Geschmäckle, weil es ist nun mal kein elektrisches Fahren in dem Sinne. Aber ich wollte das für mich einfach herausfinden, was jetzt wirklich daran ist. Das haben ja auch schon einige von euch in den Kommentaren geschrieben, gerade auch Toyota-Fahrer, dass so ein Toyota-Hybrid das Nonplusultra wäre und man Elektroautos dagegen vergessen könnte. Und das wäre alles viel besser und viel toller und viel praktischer. Und ja, warum nicht mal so einen Urlaub nutzen, wenn man sowieso etwas weiter draußen ist von allen Lokationen und einen Mietwagen braucht. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal einen Toyota-Jahres-Hybrid. Das ist so ungefähr eine Mini-Prios, wenn man so will. Das heißt, er kombiniert einen relativ kleinen Verbrennungsmotor. Hier ist es ein Dreizylinder mit 68 kW mit einer E-Maschine, die ungefähr die gleiche Leistung hat, nämlich 59 kW zu einer Gesamtsystemleistung von 85 kW oder 116 PS. Der Verbrenner arbeitet auf ein stufenloses CVT-Getriebe, also im Grunde sehr vergleichbar auch mit einem Prius. Und Toyota verspricht einen Durchschnittsverbrauch von 3,8 Liter auf 100 Kilometern nach WLTP. Und mich hat jetzt natürlich besonders interessiert, wie ist das Fahren? Wie fährt er sich elektrisch? Fährt er sich überhaupt elektrisch? Bis zu welchen Geschwindigkeiten kommt das ungefähr hin? Das ist jetzt allerdings kein echter Autotest, was ich euch jetzt hier präsentiere, sondern es sind so jetzt einfach die Erfahrungen, die ich mit dem Auto gemacht habe. So auf den letzten 700 Kilometern sind es inzwischen in fast einer Woche. Wenn wir ihn abgeben, wird er wahrscheinlich so um die 800 Kilometer gemacht haben. Also so ein klein wenig kann ich da denke ich schon jetzt mitreden, wie sich so ein Toyota-Hybrid, nicht Plug-in, sondern ein ganz normaler Vollhybrid, so fährt. Am besten stelle ich euch nochmal so ein bisschen auch das Auto vor, damit ihr so grob ein Gefühl dafür bekommt, über was wir hier reden. Wie gesagt, es ist kein Autotest. Er ist auch nicht vergleichbar mit meinem iX3, um Gottes Willen. Aber mit meinem i3 ist er in bestimmten Konfigurationen dann doch sehr gut vergleichbar. Und den Vergleich werde ich auch hin und wieder mal machen. Wir werfen mal kurz einen Blick ins Innere des Autos. Und da fällt jetzt dann schon durchaus auf, dass er recht gut ausgestattet ist. Fragt mich jetzt bitte nicht, was davon jetzt aufpreispflichtig war und was ab Werk schon verbaut war. Also das Auto hier hat zum Beispiel Abstandsregeltempomat. Es hat einen Spurhalteassistenten. Es hat sogar einen aktiven Spurführungsassistenten. Er hat eine Rückfahrkamera. Aber das Einzige, was ihm im Grunde fehlt, das sind Parkpieper. Da haben wir aber schon festgestellt, hier auf den Straßen von Mallorca wären die wahrscheinlich sogar eher fehl am Platz, solche Parkpieper, weil die eben nur ständig piepen würden. Und ansonsten ist das Auto durchaus kompakt, sodass es da jetzt keine großen Probleme gibt, einen Parkplatz für den zu finden oder den irgendwo unterzubringen. Also man hat alles, was man braucht. Eine Klimaanlage ist da. Was das Auto jetzt hier nicht hat, ist ein Navi. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn hier auf diesem Zentraldisplay lässt sich Android Auto leider nur über Kabel, deswegen liegen ja auch immer diverse Kabel rum, nutzen. Also alles soweit in Ordnung. Das Lenkrad ist einstellbar. Der Fahrersitz ist auch in der Sitzneigung verstellbar. Der Beifahrersitz allerdings nur in der Länge und in der Sitzneigung beziehungsweise in der Lehne-Neigung. Das fehlt ein bisschen. Was beide Sitze nicht haben, ist eine Lordosenstütze. Aber so prinzipiell, was die Ausstattung angeht, ist ja mit meinem i3, deswegen sagte ich ja, über den können wir hin und wieder auch mal noch reden, doch schon sehr vergleichbar. Ich blende euch auch einfach mal so eine Szene ein, die ich gedreht habe. Ich hoffe mal, das ist was geworden, so wo ich euch das Cockpit prinzipiell mal zeige. Die Armaturen sind zwar klassische Zeigerarmaturen, klassische in Anführungsstrichen, aber der Informationsgehalt in dem Mittelteil, der ist an manchen Stellen durchaus besser als der meines BMW iX3. Da hatte ich mich ja auch schon mal drüber beklagt. Also vom Prinzip ist es ein durchaus feines, kleines Autochin. Natürlich ist es halt eher ein Fahrzeug für die Stadt. Auf der Autobahn ist er schon recht laut, sowohl was die Windgeräusche angeht, als auch was eben diesen Dreizylinder angeht. Denn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auf der Autobahn läuft er dann doch verdammt häufig. Ansonsten die Materialauswahl. Das ist natürlich hier oben ein bisschen Softschaum. Ansonsten ist sehr viel Hartplastik verbaut. Hier ist so ein bisschen Stoff verbaut. Aber es wirkt nicht wirklich billig. Es sei denn, man fängt halt an mit diesen Klopftests oder sowas. Also das macht einen völlig in Ordnung einen Eindruck um das Auto. Das Einzige, wo wir so ein bisschen mit gekämpft haben, das ist die Klimaanlage, weil man die Ausströmer hier nur einstellen kann oder ausstellen kann, indem man sie so ganz zur Seite wegdrückt. Also man kann nicht die Menge wirklich regulieren. Insbesondere, wenn man zu zweit fährt und sagt, man dreht sich beide weg, dann hat halt der Beifahrer alles, bekommt alles ab oder der Fahrer bekommt alles ab. Das ist vielleicht, ja, das könnte ein bisschen besser gelöst sein. Aber so overall, es ist jetzt das erste Mal, glaube ich, doch, das erste Mal, zumindest seit sehr langer Zeit, dass ich in einem Toyota sitze. Und das gibt alles jetzt, es gibt nichts zu meckern. Die Türtaschen sind immerhin groß genug, um hier so, was sind das, 250, ne, 350 Milliliter, ist hier in Spanien relativ häufig üblich, dort in die Türtaschen zu tun. Wir haben hier eine Mittelkonsole, wir haben sogar eine wegklappbare Mittelarmstütze, hat auch nicht jedes Auto. Also vom Prinzip ist das alles durchaus in Ordnung. Wenn man nicht ständig lange Strecken fährt, ist das eigentlich völlig ausreichend. Ach so, er hat sogar eine Lichtautomatik und hat eine Scheibenwischerautomatik. Auch die Scheibenwischerautomatik konnten wir leider einmal schon ausprobieren. Was natürlich bei so einem Auto dann ein bisschen fehlt, das ist der Raum hinten. Ich bin jetzt 1,85 Meter und 1,84 Meter und passe halt gerade so hier rein. Also es ist, es lässt sich machen. Ich habe auch oben noch halbwegs Kopffreiheit. Mit vier Personen kann man, wenn man bereit ist, mal, dass die Vorderen die Sitze nicht ganz nach hinten schieben, auch ein bisschen durchaus Strecke machen. Der Ein- und Ausstieg ist halt durch diese super kleine Tür schon sehr begrenzt. Aber für die geringe Größe des Autos, auch hier wieder verglichen mit meinem i3, würde ich sagen, hat der Jahres hinten durchaus etwas mehr Platz. Aber, ja, ich sage mal, ein wirkliches Raumgefühl kommt hier nicht auf. Und da ist man natürlich als Elektroautofahrer schon auch ein bisschen, ja, verwöhnt. So nenne ich das einfach mal. Und das Gleiche zieht sich natürlich dann auch fort. Wenn wir über den Kofferraum reden, da darf man bei so einem kleinen Auto natürlich keine Wunder erwarten. Wir hatten eine etwas größere Reisetasche und einen kleinen Koffer. Das ging alles problemlos hier hinten rein. Man kann auch die Rückbank natürlich umlegen. Dann passt auch noch mal ein bisschen mehr rein. Also das ist jetzt kein Langstreckenreiseauto. Aber man kriegt schon alles unter. Wahrscheinlich müsste man für einen guten Deutschen dann auch noch die Bierkistenmengen messen. Und das habe ich natürlich nicht getan. Was er natürlich auch nicht hat, ist eine elektrische Heckklappe. Habe ich aber, glaube ich, in dieser Fahrzeugklasse überhaupt noch nicht gesehen, dass das einer hat. Hat auch mein i3 nicht. Also auch da, ich denke mal vom Kofferraum, auch da tun die sich nicht viel. Ich glaube auch, ich habe vergessen jetzt das nachzulesen, müsste ich vielleicht noch mal euch einblenden, wie die Längen auch im Vergleich zu meinem i3 sind. Ich glaube, die geben sich da nicht viel. Also viel mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten von so einem Auto. Aber jetzt kommen wir mal zu der ganz wichtigen Frage. Kann so ein Toyota Hybrid einem wirklich ein E-Auto ersetzen? Ist es wirklich E-Auto fahren nur ohne Stecker? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, es kommt nicht mal ansatzweise an echtes elektrisches Fahren heran. Ich will euch auch erläutern, warum. Im Grunde fährt er, ich sage es mal, wie ein moderneres Fahrzeug mit so einer Ausschaltautomatik, die dann so einen Segelmodus haben und bei geringeren Geschwindigkeiten oder auch bei höheren, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, dann einfach den Verbrenner ausmachen. So ähnlich ist es bei ihm auch. Ja, er kann auch immer ein paar hundert Meter dann auch noch mal elektrisch fahren. Er zeigt einem das auch dann drin wunderbar an. Es gibt so eine Anzeige, ich blende euch das vielleicht auch am besten noch mal ein, wie viele Prozente man von einer Fahrt elektrisch dann real gefahren ist. Das schwankte bei mir immer so zwischen, ja, so um die Mitte 50 herum. Also ich hatte Werte ganz am unteren Ende der 50er. Ich hatte auch Werte ganz am oberen Ende der 50er. Ich glaube, das Beste war mal, da war allerdings relativ viel Bergabfahrt dabei. Da hatten wir mal so 60 Prozent, die er angeblich elektrisch gefahren ist. Genau nachvollziehen, wann welcher von diesen Kollegen hier jetzt im Einsatz war, lässt sich nämlich eigentlich nicht wirklich. Und das Problem ist auch, dass, ja, es ist im Grunde das Gleiche, was ich ja auch schon in meinem Volvo XC90 Video gesagt hatte, dass halt, wenn er ein bisschen elektrisch fährt, dann ist das sehr angenehm, durchaus. Und wenn dann dieser dreizylindrige Kleinmotor da anspringt, dann wird es halt einfach sehr laut. Und das ist unharmonisch. Also meine Frau sagte am Anfang schon, die war das überhaupt nicht mehr gewöhnt, warum das immer so rucken würde. Weil es ist auch immer durchaus spürbar, wenn der Verbrenner anspringt oder wenn der Elektromotor läuft. Also wenn der Elektromotor denn mal läuft, was allerdings leider nur, wie gesagt, ja, auf kurzen Strücken, bei geringen Geschwindigkeiten klappt, ansonsten ist es aus meiner Sicht eine erweiterte Start-Job-Automatik, dann fährt er auch ein bisschen elektrisch, keine Frage. Aber das meiste macht halt dieser Verbrenner. und was ich ganz seltsam finde, ist, wenn man mit einem Abstandsregeltempomaten unterwegs ist und er muss relativ stark bremsen, aber durchaus noch genug mit Sicherheit, dass es die E-Maschine schaffen würde, schmeißt er den Verbrenner an, rekuperiert praktisch nichts, sondern dreht den Verbrenner auf unheimlich hohe Drehzahlen, so als wenn man mit dem Handschalter bergab richtig runtergeschaltet hätte, um nur die Motorbremse zu nutzen. ein völlig seltsames Verhalten, keine Ahnung, also wenn ich hier erfahrenere Toyota-Hybridfahrer dabei habe, schreibt mir mal, ob bei dem Auto vielleicht auch irgendwas kaputt ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt sein soll, weil wenn man stärker bremst mit dem Fuß, dann ist das überhaupt kein Thema. Und was ich auch zwischendurch immer mal hatte, dass er bei Bergabstücken, wo ich im Grunde nur rekuperieren konnte, schmeißt er auch irgendwann den Verbrenner an oder wir haben einmal Radfahrer überholen müssen und da muss ich mal kurz Gas geben und es war kurz der Verbrenner an und der lief dann und lief und lief und lief, fast so wie bei meinem i3, wenn er den blöden Rex dann mal sauber fährt. Also, ja, nee, ich wollte es probieren. Ich muss aber gestehen, dass im Grunde wurden jetzt also meine Vorurteile gegen solche Hybriden voll und ganz bestätigt. Eine spannende Frage bleibt natürlich noch, bringt das Ganze wenigstens irgendwas im Sinne von Verbrauch, im Sinne von Energiekosten. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Wir haben gestern mit dem Auto getankt nach 606 Kilometern 25,02 Liter. Ja, ich weiß, wie da viele Nachkommastellen, was einen Verbrauch von 4,13 ergäbe. Der WLTP-Verbrauch von dem Auto sind 3,8 Liter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich gehöre zu den Leuten, die nach dem ersten Knacken der Zapfpistole immer noch mal weiterfüllen. So eine Marotte von mir und ich wollte auch auf eine glatte Summe. Es waren dann 45 Euro. Natürlich kann es sein, dass der Vormieter einfach nur bis zum ersten Klack getankt hatte. Gehen wir mal davon aus, dass er so 4 Liter bei mir verbrauchen würde. Das kann wahrscheinlich auch ganz gut hinkommen. Übernommen haben wir ihn mit 4,4. Jetzt stand er auf 4,1 und ich habe ihn gestern nach dem Tanken zurückgesetzt. Jetzt liegt er so bei 3,7, 3,8. Das klingt erstmal nach schön wenig, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, Hier auf Mallorca ist jetzt nicht groß Rasen angesagt. Auf den Autobahnen, die es gibt, ist maximal 120 erlaubt, die aber auch relativ wenig gefahren sind. Und da stand seine Verbrauchsanzeige eigentlich immer irgendwo zwischen 5 und 6 Litern. Und auf den Landstraßen ist 90 maximal erlaubt, die man aber auch sehr häufig gar nicht fahren kann. Die meisten, die schneller fahren, sind eigentlich Touristen gewesen. Die Mallorquiner waren relativ häufig mit 70, 80 unterwegs. Also schon ziemlich optimale Bedingungen, um einen niedrigen Verbrauch zu erzielen. Wo es ganz gut ging, war natürlich gestern in Palma. Da war viel Start-Stop. Da war dann dieser Hybridantrieb durchaus auch sparsam unterwegs. Der hat ja auch diese Anzeige, wie viel Prozent er elektrisch fährt. Wie gesagt, so zwischen 50 und 60 lag die bei uns üblicherweise. Würde dann aber auch heißen, dass er ohne diesen hybridisierten Anteil so um die 8 Liter verbrauchen würde, was für so ein kleines Auto natürlich auch wieder eine ganze Menge wäre. Ich lege mich aber auch mal fest, dass, ich sage mal, keine Ahnung, Polo-Diesel oder Corsa-Diesel sowas in der ähnlichen Fahrzeuggröße wie dieses Auto hier auf Mallorca auch mit einem ähnlichen Verbrauch zu fahren wäre. Ich denke mal, die wird man auch unter 4 Liter oder lass es 4,5 sein, fahren können. Auf der anderen Seite haben wir ja den Vergleich zum Elektroauto und da schneidet er dann aus meiner Sicht schon sehr schlecht ab. Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass der Liter Benzin 8,5 Kilowattstunden Energieinhalt hat und wir unterstellen mal, dass wir mit dem Auto 4 Liter brauchen, wie gesagt, auf deutschen Autobahnen mit Sicherheit gewaltig mehr, dann verbraucht er 34 Kilowattstunden hier unter ziemlich optimalen Bedingungen auf Mallorca. Mein iX3, wenn ich den hier so fahren würde wie ihn, käme ich vielleicht auf 15, 16 Kilowattstunden, wahrscheinlich eher sogar noch drunter. Das heißt, dieses kleine Auto verbraucht energetisch das Doppelte meines großen iX3. Und wenn wir den i3 nehmen, der von der Größe hier passt, den würde ich hier mit 10, 11 Kilowattstunden fahren, wenn es hochkommt. Das heißt, diese alte Formel, dass der Verbrenner dreimal so ineffizient ist wie das Elektroauto, gilt auch für dieses hybridisierte Fahrzeug. Er ist in dem Sinne in keinster Weise sparsamer. Man spart sich eben den Diesel sozusagen, hat aber dafür diesen Riesenaufwand mit der E-Maschine, mit dem zusätzlichen Verbrenner. Es ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Und dazu kommt halt auch noch, es heißt ja, hatte ich schon mal gesagt, elektrisch ohne Stecker. Dieses Auto nimmt einen den gesamten elektrischen Fahrspaß. Man ist mit dem auch wieder unterwegs, wie ich das von meinem Volvo XC90 schon kannte, dass man das Gaspedal ganz, ganz vorsichtig bedient. Ich bin ja, ich kann ja hybrid fahren, ich weiß, wie das funktioniert, um bloß zu verhindern, dass dieser blöde Verbrenner anspringt, weil dieser Dreizylinder auch noch sehr rau läuft. Und mit dem CVT-Getriebe, ja, nee, passt alles nicht. Dieser Spaß, den man hat beim Elektrofahren, mal eben draufdrücken, punch und es kommt. Und bei ihm stellt er fest, huch, E-Leistung reicht nicht, Akkuchen ist zu klein, ich weiß gar nicht, was der hat. Der Prius hat, meine ich, 1,6 Kilowattstunden. Das ist ein Witz. Dann schaltet er den Verbrenner ein, dann dreht er den Verbrenner auf Drehzahl hoch und dann irgendwann kommt Vortrieb. Das hat mit Elektrofahren, sorry, das hat so rein gar nichts zu tun. Und das würde mich auch interessieren, schreibt mir das gerne unten rein. Ich weiß ja, dass von euch ein paar auch von Toyotas umgestiegen sind, ob ihr das genauso empfindet jetzt im Nachhinein. Wenn man nur solche Autos kennt, dann mag das durchaus vorkommen. Einem Vorkommen wie elektrisches Fahren, wie ich vorhin schon mal sagte, es hat mit elektrischem Fahren wirklich rein gar nichts zu tun. Das muss ich so knallhart formulieren. Da sind Plug-in-Hybriden, wenn die vollgeladen sind, noch deutlich besser. Also ich konnte mit dem XC90, mit dem schweren Auto, der auch nur 65 kW E-Maschine hat, deutlich besser beschleunigen, wenn der Akku voll war. Nur dann, als mit diesem Autochin hier. Also da, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare schreiben, wie eure persönlichen Erfahrungen so damit sind. Für mich ergibt das Ganze weder vom Fahrspaß noch vom Energieverbrauch, noch von irgendetwas, auch nur den Hauch eines Sinnes. Dieses Auto soll in Deutschland, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob der dann auch diese ganzen elektronischen Helferlein, wie er hat, soll 25,5 Liste kosten. Jetzt kommt der EC3, der Citroën, für, ich meine, 24, schon mit der größten Akku-Ausstattung. Was macht dieses Auto dann noch für einen Sinn? Ich verstehe das alles nicht. Und falls ihr auch mal Mallorca besuchen solltet, es gibt inzwischen hier ganz viele Fincas, die auch Ladestationen haben. Wir haben auch mehrfach gesehen, an schönen Spots, wo man gern auch mal angehalten hätte, dass dort dann auch Ladestationen waren. Und da war es dann häufig auch noch so, dass an diesen echten Touristen-Hotspots war alles zugeparkt. Aber die E-Ladestationen waren zum Teil dann frei. Also man hätte sogar eine Chance gehabt, zu parken, weil man halt ein E-Auto hätte, hat es sogar noch einen Vorteil. Und insbesondere, wenn ihr überlegt, vielleicht mal auf ein E-Auto umzusteigen, das hier jetzt auch bei den Temperaturen sind optimale Bedingungen. Es gibt Clios zu mieten. Ach Quatsch, Clios. Sois meinte ich natürlich, sorry. Es gibt Fiat 500e zu mieten. Es gibt auch größere Fahrzeuge zu mieten. Wir haben den Polestar 2 zum Beispiel gesehen. Also probiert es hier auf der Insel ruhig mal aus. Es sei denn natürlich, ihr seid, keine Ahnung, in der Bettenburg, in Es Arenal oder in Calaradiana. Dann könnte es vielleicht schwierig werden mit dem Laden. Aber gerade wenn ihr so wie wir hier einer kleinen Finca untergekommen seid, da gibt es inzwischen ganz viele, die Ladestationen haben. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ich da jetzt vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht zu negativ rangegangen bin. Wobei ich es eigentlich nicht bin. Also ich fand es spannend, dieses Auto mal zu probieren. Ich hatte ja auch explizit dieses Auto so gemietet und war froh, dass es auch geklappt hat. Es gibt die genauso auch als Nicht-Hybrid in der Vermietung. Die kosten dann, glaube ich, fünf Euro weniger am Tag. Keine Ahnung. Nee. Also der Jahres an sich, dieses kleine, praktische Auto, so als Stadtfahrzeug, ist das echt ein gutes Auto. Könnte ich mir wunderbar vorstellen. Aber wenn, dann muss sowas voll elektrisch sein. Gerade wenn wir über ein Stadtauto reden und das vielleicht hin und wieder mal, keine Ahnung, zweimal im Jahr die Schwiegereltern besuchen für 600 Kilometer. Ja, er könnte das dann bei niedrigen Autobahngeschwindigkeiten vielleicht durchfahren und mit einem EC3 muss man ein, wenn es Wetter schlechter ist, vielleicht auch zweimal laden. Ja, mei. Wo soll da das Problem sein, wenn man das jetzt nicht ständig macht? Natürlich wäre so ein EC3 nichts für mich auf meinem Langstreckenprofil. Da wäre aber auch dieses Auto hier nichts, weil dieser rappelige Dreizylinder da vorne dann in Drehzahlregionen kommt, wo er nur noch kreischt. Da muss man natürlich auch Abstriche machen beim Fahrzeugkonzept. Aber so für so einen Zweitwagen-Stadtflitzer wäre das eigentlich ein gutes Auto. Wäre. Wenn er voll elektrisch wäre. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Ich weiß ja, dass auch einige Toyota-Fahrer meinen Kanal schauen und immer wieder sagen, dass so ein Hybrid ein guter Ersatz für ein Elektroauto wäre. Also aus meiner Warte des Elektroautofahrers, der auch einiges an Plug-in-Hybriden kennt, der Hybrid sehr lange gefahren ist. Nein, so ein Hybrid kann in keinster Weise ein Elektroauto ersetzen. Er kann einem vielleicht, wenn man will, so ein Öko-Mäntelchen suggerieren, dass man halt keinen Diesel fährt und ob er trotzdem den gleichen Verbrauch wie ein Diesel hat. Ja, mag sein. Aber dafür diesen ganzen Zusatzaufwand, dieses kleine Akkuchen da hinten, die E-Maschine oben rein, dazu noch den Verbrenner. Das ergibt aus meiner Sicht im Jahre 2024 absolut null Sinn, dieses Antriebskonzept. Ja, jedenfalls sehe ich das so. Ihr wisst, ich bin bei solchen Meinungen immer sehr konsequent und sehr deutlich. Für mich macht es absolut null Sinn, so ein Fahrzeug im Jahr 2024 im Programm zu haben, anzubieten oder zu fahren. Jedenfalls sehe ich das so. Euer Stefan Lenz.